Yo, was ist los, man? Moinsen, ihr Füchse und Füchseinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder in meiner Frittierbude hier im Falafel-Restaurant-Simulator. Ich stink derweil inzwischen schon richtig nach Brittenfett. Was wollt ihr denn alles haben? Gott, deswegen. Und es beginnt langsam wirklich stressig zu werden. Also, Ziel des Games ist es, wie gesagt, 15 Tische zu bekommen. Wir haben drei und ich bin jetzt schon genervt, also es wird super. Äh, take. Und dann wollt ihr noch Foul haben. Du bist ja eigentlich nur am Hin und Hin. Alter, was ist denn los? Moment, bitte. Hören Sie. Ich muss erst mal abarbeiten. Was will er haben? Alter, was? Falafel. Oh, Gott, was will denn? Und dann, die sind ja am Fenster da, die Expressleute. Das ist ja Wahnsinn. Cold Drink. Was noch? Und Foul. Geht mir auch gleich aus. Scheiße. Bitteschön. Da haben wir Foul und Falafel und gleich. Und da ist es mir ausgegangen. Scheiße. Foul und Falafel. Moment. Bitteschön. Und Tische sind alle schmutzig. Das heißt, ich kann eben schnell Foul holen gehen. Oder habe ich noch mehr Foul? Ne, ich habe keinen Foul. Okay, ich gehe kurz Foul holen. Oh, der Mülleimer, Mann, ist da. Geilo. Moment. Ich muss eben meinen Eingang wieder von Müll befreien. Bin gleich wieder bei ihm da. Komme ich bei ihm bei gleich. So, Leute. Haben wir gleich. Ups, alles klar. So, ich gehe schon einkaufen. Wir brauchen Foul, was auch immer das ist. Ich muss das mal eben kurz vielleicht googeln, okay? Wir müssen dieses Geheimnis eben noch klären. Und mein Respekt ist, glaube ich, jetzt hoch genug, dass ich an den Computer ran kann. Und wahrscheinlich kann ich da direkt Ware bestellen. Foul. 50. Ei, ei, ei. Kostet ja richtig was. Okay. Äh, Grab. Schnell wieder zurück in London, ne? Aber mit, aber zacki, zacki. Oh, nein. Jetzt habe ich keinen Strom mehr, oder was? Gut, brauche ich ja nicht. Muss ja eh nur. Brauchen wir denn Strom? Im Dunkeln ist gut ein Munkel, würde ich sagen. Komm. Geht doch bestimmt auch so. Was ist das denn? Okay. Mal sehen, ob die Kunden auch im Dunkeln kommen. Ich versuche jetzt derweil mal den, äh, Automaten zum Bezahlen zu finden. Der war, von meinem Laden und dann die Kreuzung gleich rechts. Kreuzung gleich rechts. Okay. Hier gleich rechts rein, ne? Tja, ist er. Kann ich eigentlich sehen, wie viel? Hier steht nur Pay Bill, aber wie viel? Holy shit. 50. 50 Geldeinheiten. Ja. Alter, was? Schon sind wir quasi wieder arm. Alter. Ihr wisst, ihr habt nicht das Gefühl, dass wir Progress machen in dem Game irgendwie. Irgendwie renne ich nur rum, leide mir einen ab und am Ende bleibt nichts über, ne? Das ist keine Ahnung, was da los ist. So, kann ich jetzt den PC benutzen? Oh ja, guck mal hier. Damit kann ich direkt zum Furniture-Shop, das ist ja total geil. Schön, wie das auch nicht ins Menü reinpasst und so. Sowas mag ich ja voll gerne. Hier, Alter. Einfach das Ding so einmal abfotografiert. Also so schwarz drum rum gemalt. Mit dem Mauszeiger so. Joa, passt wohl, ne? Ja, sieht gut aus. Können wir mit der Abo häuten. 300 Dollar für einen Frittierer? Ja, passt ja. Wir haben erstmal noch ein bisschen was am Start. Aber wir können aber eigentlich schon mal die nächste Runde Falafel starten, würde ich sagen. Gebt mal ruhig her, noch eine. Komm. Ich und mein Pony, sein Name ist Johnny. Wir reiten Richtung Sonnenuntergang. Es ist fast wie schweben. Will keine Gäste mehr geben. Ach, 23 Uhr, deswegen kommt hier keiner mehr. Okay. Dann warten wir kurz, bis die Frittierung durch ist und dann machen wir Feierabend für heute. Ja, wird Zeit, dass wir zu liegen kommen. Bin auch echt müde. Und schwerst enttäuscht ist von diesem Rechner. Das bringt ja gar nichts. Wieso kann ich da nicht auch auf Ware zugreifen? Das bringt ja ja nichts. Das kannst du halt, anstatt dass du zum Furniture Shop läufst, kannst du jetzt halt da Sachen kaufen. Aber so wirklich, was gewonnen hast du da jetzt auch nicht mit, oder? Wenn man mal ehrlich ist, also... Naja. Ey, dies wieder dies, ne? So, wie sieht's aus? 60 Sekunden noch. Ich genieße das wunderschöne Wetter. Herrlich, jetzt dusch das raus, ne? Schön hier tanzen durch die Straße laufen, mein Body waschen. Ich stinke hier auch bestimmt. Also hier in der Bude, ich sag euch. Die ganze Decke ist voll gerufst. Fertig? Geil. Gas sparen, bitte. So. Grab. Einfach hier drauf. So. Kann man auch stapeln. Judy, würde ich sagen, heute machen wir den Laden dicht, ne? Passiert eh nichts mehr. Zack. Und dann cruisen wir mal nach Hause. Drive. Ich drive jetzt heim. Oh je, die Bremse funktioniert ja auch wieder wunderbar. Es ist fast wie schweben. Okay, ich finde wieder meinen Eingang nicht. Moment, das Haus ist hier. Was habe ich denn für eine Störung, dass ich da mal seitlich rein will? Weiß das einer? Kann mir das einer erklären? Oh, der kommt nicht auf den Gehweg hoch. Das wäre zu einfach. Boah, was ein Ritt. Wir sind zu Hause. Endlich wieder bei meinem weichen, flauschigen Superteppich. Ist ja nicht wunderschön. Den finde ich tatsächlich sehr gelungen. Da bleibe ich bei. Den finde ich hübsch. Ja, dann mal hoch und ab ins Bett. Ab zu liegen kommen. Ich bin auch echt fertig. Also das Falafel-Business, das zerrt dich echt auf. Also bei aller Liebe, das macht mich schon rund. Also wir haben erst drei Tische. Wir sollen 15 haben. Wir sollen das gehen. Also das geht ja gar nicht. Bei der Liebe. Drei Table haben wir. 15 soll man haben. Das ist das Ziel. Das ist übrigens das ganze Ziel. Das ist das Ziel des Games. Diese Tische bekommen. Das war's. Mehr gibt es nicht. So, ich wollte hier mal rückwärts eben... Rückwärts wollte ich mal eben. So, ja, Achtung. Sehr schön. Irgendwie so ein bisschen Animationen von so Modellen wäre echt geil. Das sieht halt aus, als würden die einfach nur auf Seife hinterher gleiten. Achtung! Oh je, man kann keine Leute umfahren. Okay, geht nicht. Ja, passt schon. Ich glaube, hier fühle ich mich wohl. Können wir aussteigen? Nein? Hallo? Okay, cool. Hier bin ich nicht richtig. Wo bin ich wieder? Ich... auch nicht. Wo ist mein Laden? Ich suche meinen Laden. Hören Sie, ich suche meinen Laden. War der hier? Ja, da ist sein. Das ist schon nicht groß. Das ist eigentlich nur eine Kreuzung und trotzdem kriegst du nicht gebacken. Wits! So, da wollen wir mal wieder aufmachen, wa? Ich habe richtig Bock auf Kundschaft. Bin richtig heiß. Moin! Oh, der wunderbare Geruch von kaltem Fett am Morgen. Besser geht das gar nicht. Was ist eigentlich hier los? Ist das die Toilette oder was? Ach, da ist es hinten. Wir haben auch einen hinten. Das ist ja schön. Oh, hier kann man nicht rein. Okay, das liebe ich ja total. Unsichtbare Wände finde ich immer mega geil. Immer richtig gutes Game Design. So, Kundschaft, wie sieht es aus? Ich bin heiß. Und mein Frettenpferd ist auch heiß. Dass ich noch nie gewechselt habe, seitdem der Laden existiert. Ja, wir sparen. Öl ist teuer. So. Guck mal, ein bisschen Fernsehen. Ja. Oh, herrliches Wetter, du, ne? Guckst du raus, genießt du die Gegend. Oh, schön ist das. Oh, Kundschaft. Moin! Ui, 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 das volle Programm. Also, Falafel. Sie wollen nur Falafel, das ist ja easy. Bitteschön. Yo, 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 Moment. Falafel. Humus und Foul. Humus für Sie. Ups, ist runtergefallen. Zählt das trotzdem noch? Er ist runtergefallen. Hallo? Hören Sie? Oh Mann, Alter. So. Und Foul. Oh, die Grafik wieder am Ausrasten. Ne. So, danke. Ein bisschen beeilen jetzt, bitte. Bitteschön. Lassen Sie es nicht munden. Falafel und Foul. Sehr gerne. Bums. Wie viel bringt das jetzt eigentlich ein? Jetzt müssen wir mal gucken. Foul und Falafel. Was kriegen wir am Code? Wir haben jetzt 56. Wie viel kommt jetzt? 78. Ja, geht so, ne? Geht so. Abräumen. Abräumen. Müll wieder am Eingang sammeln. Das ist ein sehr guter Ort. Lasst euch schmecken, ne? Mega geil, wie ihr animiert seid. Ich finde das richtig gut. Ich finde das richtig gut. Diese Ess-Animationen und die Ess-Geräusche. Das ist einfach der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. So, ich schmeiß mal wieder den Frittierer an, ne? Wenn wir eh dabei sind. Ja, gib mal eine Runde und ab geht die wilde Fahrt. Was darf sein? Falafel, Ehre. Ii, ii, ii. Müsst ihr immer alle gleichzeitig spawnen. Ist das notwendig? Falafel und ein Cold Drink. Du willst Falafel und Foul. Moment, mach dich zuerst, weil der braucht mal... Die wollen mal schnell. Falafel und Foul. Gerne. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Ich wollte das googeln, hab ich vergessen. Cold Drink. War hier noch gewollt, ja. Ja, passt schon. Ich hab dir das einfach mal so hingelegt, ne? Und Falafel, bitteschön. Und lasst euch schmecken, ne? Gönnung. Hier wische ich schon mal wieder durch. So. Ui, ui, ui. Falafel, Ey, Zwillinge wieder. Falafel, Humus und Foul. Sehr gerne. Haut mir mal in die Kommentare, wenn ihr schon Bock habt, hier bei mir im Restaurant zu essen. Na, langsam geht's hier echt ab. Also, Leute, geht's steil. Reviews gehen hoch. Und aus. Und Grab. Und hin hier. Und eigentlich können wir schon direkt die nächste Runde machen. Komm. Warum Waren? Wenn man auch gleich frittieren kann. Denn wir wissen ja nie, wann der, ähm, der Gasmann wiederkommt, ne? Ohne Gas, keine Falafel. So, ja, moin. Falafel und Cold Drink gerne. Cold Drink. Und Falafel, ja. Falafel und Humus. Falafel. Humus ist geil, da hab ich noch genug von. Deswegen. Bleib mal ruhig bei Humus. Das find ich gut. Bitteschön. Ihr könnt ruhig mal ein bisschen in den Himmel essen. Ja, danke. Der Platz muss frei, weißt du? Für mehr Kundschaft. Geld muss rein, weißt du? Geld muss rein. Und auf den Sack. Auf den Sackhaufen. Elf Sekunden noch. In der Frittenbude. Da trinke ich noch ein Stückchen Kaffee hier. Hm. Moment. Geht er los? Wenn er eh schon da ist, ne? Komm, grabben wir die Gasbuddel. Hashtag Gönnung. Mach mal voll. Danke. Weiterfahren. Jo, Moment. Falafel und Humus gerne. Das war erstmal mit den abarbeiten hier. Falafel. Und Humus. Du Werner, wo du grad da bist. Kannst du noch ein bisschen von den Müllsäcken mitnehmen? Das wäre richtig reizend von dir. Da muss ich nicht auf den Müllmann warten, weißt du? Das fände ich eigentlich eine ganz nice Sache. Wenn du einfach mal so ein bisschen von meinem Müll so, ne? Das ist nett von dir. Das ist alles so kombiniert. Finde ich richtig nice. Danke dir. Holy shit. Jetzt geht's los. Wer möchte haben? Falafel. Humus. Faul. Und ein Cold Drink. Ihr wollt ja alles haben. Das ist ja krass. Und ein Cold Drink. Lasst es euch schmecken, ne? Äh, Falafel und Humus. Humus habe ich noch. Hast du Glück? Bitteschön. Ey, stabile Hose, Junge. Und Falafel habe ich auch noch. Darf ich noch ohne Ende. Gönn dir, ne? Und lass dir schmecken. Die aus der Hausleute sind mir die Liebsten, die nehmen mir den kacken Müll mit, weißt du? Hier, Werner, bevor du wegfährst. Ich habe noch einen Sack. Dankeschön. So, warte kurz, äh, in der Ecken. Denn wir müssen mal wieder einkaufen gehen. Das nützt ja nix. Das nützt nix. Ich muss mal irgendwie gucken, ob ich an Werner vorbeikomme. Achtung, Werner. Werner, wow, Junge, du hast echt ein bisschen scheiße geparkt hier. Komm schon. Ah, los. Das will ich nicht. Werner, ich habe keinen Bock, dass mir da, habe das, keinen Bock, dass, ne, mit der Hand, oh, da ist er weg. Danke, Werner, reingehauen. Wow, wow, wow. Wow. Alter, mir wird ein bisschen schwindelig, muss ich sagen. Oh, wo sind wir? Alter, die Müllsäcke sind da geblieben. Ich ahnte, ich dachte, die fahren jetzt mit ihm mit. Aber nein, dadurch, dass er einfach nur despawnt, ne. Gerade. Na ja, jetzt haben wir da schwebende Müllsäcke. Ist ja auch schön. So, Achtung, müssen wir eben durch hier. Vorsicht. So, William, shop. Moin, William. Ich muss einmal bitte groß einkaufen bei dir. Und zwar brauche ich Hummus. Einmal, zweimal. Foul. Einmal, zweimal. Und Cold Drinks. Einmal. Und weg ist alle Kohle wieder. Die ganze Kohle ist wieder weg. Ohne Spaß. Kriegst die Tür nicht zu. So. Dich. Habe ich nicht zweimal Foul gekauft? Ich habe doch zweimal Foul gekauft. Das ist aber nur einmal Foul gespawnt. Oder doch nicht. Ich wollte zweimal Foul haben. Komm mal her. Danke. So. Ups. Oh nein. Habe ich das hier irgendwie. Ja. Gut. Außer den Scheiße gebaut. So. Moment. So. Habe ich mal gerade da rein. Danke. So. Und dann noch eben die. Das oben drauf. Ich würde sagen. Das sieht sehr stabil aus. Sind kleine Foulportionen noch mit dabei. Irgendwo unterwegs. Finde ich sehr gelungen. Auf geht's. Reif. Ich glaube wir sind überladen. Liegt vielleicht aber auch an dem Foul. Ich nehme das mal eben. Und packe das mal per Hand weg. Vielleicht wenn das Foul vor dem Laden liegt. Vielleicht. Vielleicht geht's dann. Bei meinen schwebenden Müllsängen. Das ist so gut Alter. Was ist los mit dem Game ey. Oh ja. Bip bip. Oh. Erstmal wieder völlig erschöpft. Okay. Erstmal Pause machen. Ja ja. Ich weiß. Ich weiß. Das ist alles sehr anstrengend für dich. Moin William. Ich bin's wieder. Drück mir mal die Daumen. Dass mein Roller wieder fährt. Oh ja. Guck mal. Oh. Oh. Unspass. Das lag daran. Ich fahre einfach nur rückwärts. Bis wir beim Laden sind. Nö 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 nö. Einfach rückwärts fahren. Moin. Oh. Scheiße. Muss eben korrigieren. So. Da guckt schon einer ganz verwirrt. Was passiert hier? Oh. Das ist der Falafelmann. Der ist ein bisschen bescheuert. Einfach wegignorieren. Dann passiert hier auch nichts. Wenn du ihn ignorierst. Regnuriert er dich auch. So. Warte. Oh. Ich glaube der Müllmann ist da. Kann das sein? Ne. Was ist er denn für einer? Ich habe Vegetables gekauft. Und was bringt das? Ja. Danke. So. Wrap. Hier hin. Ich räume erstmal alles rein. Dann habe ich Vegetables. Ich weiß nicht wofür wir die brauchen. Wahrscheinlich können wir die auf diese Arbeitsfläche stellen. Hier. Dann können wir da Salat mitmachen oder so. Was darf es sein? Falafel, Cold, Drink und Foul. Moment. Foul muss ich erst noch reinholen. So. Einen Moment bitte. F. Foul. Falafel und ein Cold, Drink. Einen Moment bitte. Haben wir gleich. Zack. Bitte schön. Ich muss sagen. Ich habe den Laden so langsam im Griff. So auch mit Nachschub und so. Das läuft. So. Humus. Humus kommt so dahin. Du wirst ja auch wieder alles haben. So. Einmal Humus. Falafel. Paul. Und ein Cold, Drink. Geil. Oh, Mad. Kommt der Umsatz rein. Da kommt der Umsatz rein. Und was noch? Cold, Drink. Okay, warte. Moment, PD. So. Sehr schön. Dann haben wir hier nochmal Foul. E. Packe ich hier hin. Und Humus. Ich bin jetzt die ganze Zeit über den Teller Paul gelatscht, der da unten auf dem Boden rumsteht. Aber den können wir gleich noch verkaufen. Das ist gar kein Problem. Der ist noch gut, Leute. Da habe ich nur ein paar Mal drüber gelatscht. Aber der ist noch gut. So, hier können wir irgendwas mit machen. Ne, doch nicht. Oder hier, doch da. Erstmal nehme ich diese Mixture. Pack die da hin. Cut. Ah, so können wir Salat machen. Geil. Wenn er einen Salat will, ne? Ops. Oh, geil. Ich habe da gerade einen ganz frischen Salat für dich gemacht. Ganz frisch. So, Salat. Cold Drink. Humus. Und Falafel. Moment. Haben wir gleich, mein Freund. Du kriegst hier das alles. Bitteschön. Salat. Cutte ich dir. So, Salat. Falafel und Foul. Jetzt wird das aber echt stressig. Wie soll man das denn nachher mit den ganzen Tischen schaffen? Das geht nicht. Also habe ich mir jetzt... Ich habe ja jetzt schon Probleme. Da ist mein Foul noch. Hier, das kannst du haben. Das ist sehr gut. Da habe ich nur ein paar Mal drauf getreten. Das ist aber noch essbar. Das können wir noch essen. Das ist noch genießbar. Los. Ihr wollt Falafel, Humus, Foul und Salat. Okay, warte. Erstmal Salat. Muss ich dabei stehen bleiben? Nö. Einmal einen frisch gemachten Salat für die Herren. Foul, wollen Sie auch noch Falafel auch? Ja. Falafel, sehr gerne. Humus. Und Foul, ja. Ja. Moment, Horn. Geht gleich los, Horn. Wie spät ist denn das? 20 Uhr. Bitteschön. Na los, confirm. Meine Fresse, wieso confirmst du es nicht? Confirm! Na also. War ja fast nur anstrengend. So. Moin, ich hab hier einen Müllsack für Sie. Falafel und Humus. Ja, mit ein bisschen Müllaroma, ne? Das ist wichtig für den Geschmack. So, bitteschön. Und Humus. So, alter, was ist das für ein Stress hier? Lasst es euch schmecken, ne? Oh, der Müllmann ist da. Guck mal. Kann ich so aus der Luft greifen? Wieder reinschmeißen. Meine schwebenden Müllsack. Kann ich Ihnen den Müllsack wieder entwenden? Dankeschön. Wie er einfach meinen Wagen überrollt hat. Wie ich es gesagt habe. Ich hab's euch gesagt, dass er den Wagen überrollt. Es wird passieren. Und es ist passiert. War so klar. Moment, ich hab da noch einen. Bitteschön. So, und nochmal. F to clean. Und pay respect und so, ne? Okay. Äh, äh. Ja, wir können eigentlich wieder Falafel machen. Noch hab ich Mixture. Ne, Junge. So, danke. Rillen mit den Balls. Und los geht's. Geil, oh, Mart. Schon mal einen Salat vorproduzieren? Und jetzt müssen wir eben noch meine restlichen Gemüsedinger reinholen. Ich weiß nicht, wie lange die halten. Aber ich hoffe ein bisschen, ne? Ich glaub nicht, dass da irgendwas Haltbarkeit hat und kaputt geht. Was wollt ihr haben? Ferlet. Fangen wir mit euch an. Salat. Paul. Meine Fresse. Paul. Humus. Humus. Was wolltest du haben? Die wollen immer so schnell. Falafel. Das. Und das. Bitteschön. Und ihr wolltet jetzt noch, äh, Humus. Und Falafel. So, und noch Falafel geht los. Ich muss hier eben den Gasherd ausmachen. Alter. Überleg mal, ich schaff das jetzt schon nicht mit meinen drei Tischen. Ernsthaft? Los, confirm. Äh, ihr habt noch eine Minute und hier haben wir noch eine Minute irgendwas. Äh, Falafel, Cold Drink, V-Salat. Cold Drink. Salat. Hat der Hahn schon gekrieht? Oh ja, der Hahn hat gekrieht. Meine lieben, der Hahn hat gekrieht. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, ne? Lasst bitte wieder entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne in einem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Paar wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.